Hallo Freunde meines Kanals und liebe Naturfreunde, ich habe zwar keine Ahnung wie und vor allen Dingen wann sich die beiden kennengelernt haben, deshalb bin ich etwas später zugestoßen, aber so wie ihr sehen könnt, verstehen die sich irgendwie ganz gut und man kann schon staunen. Wie lange der gute Kumpel durchhält. Naja, aber seht selbst. Sicher werdet ihr verstehen, dass bei diesem herrlichen sonnigen Herbsttag heute und diesem Anblick das Interesse an meiner Modelleisenbahn noch etwas geschwächt ist. Und insofern, naja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und ich glaube, wir brauchen uns wahrscheinlich über Nachwuchs keine Sorgen mehr. Bis zum nächsten Mal. Ganz schöne Ausdauer, der junge Mann. Na, der Mädel scheint sein kann zu reisen. Da, der junge Mann. 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 Vielen Dank.